ja willkommen mein name ist dann die europäische zurück zur let's play test of the corona die chronicles edition in der letzten folge haben wir richtig dolle aufs maul bekommen im kolosseum und ja ich habe deswegen ein bisschen trainiert und mir ist jetzt jeder charakter auf level 80 nebenbei ob ich ein bisschen geld dabei bekommen und ja ich habe einen sehr tollen trick für mich herausgefunden und zwar habe ich folgendes immer gemacht bei den charakter die noch nicht so auf dem aktuellen level waren ich habe dämonensiegel ausgerüstet in verbindung mit corona was glaube ich jetzt komplett ausgerüstet hat ja und ja die sagt jetzt ja die beim dämonensiegel werden alle staats krankheiten auf diesen charakter aktiviert und corona verhindert alle staats krankheiten und ich hätte nicht gedacht dass das irgendwie klappt aber die kombination hat echt geklappt und der charakter der ausgerüstet hatte der hat jetzt immer doppelt so viel erfahrungspunkte bekommen was ich richtig toll fand so aber ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich warum ich ein alter mirror bin das hat dem folgenden grund nebenbei war ich auch im casino ein bisschen fleißig und ja davon spaß vor ein paar minuten gerade noch habe ich jetzt mal hier an so einem automaten gesessen und das war ganz schön ergiebig finde ich ich habe es irgendwie geschafft ganze von 100.000 jetton zu bekommen ja das war richtig nervtötend vor allem diese verdammten dinger also sag ich jetzt mal die verdammten sieben oder diese bar dinger oben links die kommt nie also die kriegs sind nie in einer reihe außer wenn er irgendwie so einen komischen modus irgendwie so aktiviert ist der irgendwie voll random kommt und ja wenn der aktiviert ist dann kommt irgendwie drei siebener oder drei bar dinger und so und das hat mich echt genervt jetzt aber zum glück habe ich jetzt erstmal nur ich wollte direkt noch die trophäe einheimen und dachte bei 500.000 hätte ich das geschafft aber ich wollte doch eine million verdammt so ein trick aber egal ich habe extra so viel gespart weil ich folgendes haben möchte hier dieses fragezeichen dingen ich habe keine ahnung was das ist aber es kostet 150.000 jetton wird den stress hoffentlich ein bisschen wert sein das vergisst meine ich hole ich mir auch noch das teufelsspielzeug auch noch alles mögliche guck mal sehen sie sich wirklich sicher dass sie all diese jetons einlösen wollen absolut so absolut was bekommen wir dafür ich bin schon so gespannt es muss echt toll sein wenn es so viel kostet ich hätte wir bekommen hunderte schweine ja oder nein 100 kühe ja genau sie sagt das nicht dein ernst ist leute was mein kann ich so kann sie nur würde eine schweinzerne als hauptpreis vergeben nein es ist bestimmt etwas wirklich wertvolles eine komplette ausgabe der fabuleia abori garnar um zum beispiel dem elzen manuskript der menschheit im casino wie geht man will schon so ein staubis als buch okay sie sagt nichts hier ist der preis im wert von 150.000 jetons eine probetag als angestellte als fabelhaften alzheimer casinos herzlichen glückwunsch wie bitte sie haben richtig gehört meine ein probetag als angestellter dieses casinos oh mann wer will das schon für all diese jetons bekommen wir gerade mal die möglichkeit ohne bezahlung zu arbeiten also ich passe von mir aus kann einer von euch gehen der gewinn ist zwar nicht besonders glamour ist aber immerhin ist er selten casinos gewährt nur selten einen blick hinter die klüssen das stimmt und man kann aus jeder erfahrung etwas lernen vielleicht beschert mir dieses unterfangen einen durchbruch bei meinen lehrmethoden das ging jetzt stünde unsere glücklichen mitarbeiterin fest ehrlich gesagt bin ich froh dass es sich um eine so reizende junge dame handelt das spart stoffkosten und jetzt hier entlang bitte naja ich nehme an dass es wird ein kostüm geben dann lass uns ein bisschen die zeit tot schlagen bis frau professor fertig ist kommen wir spielen ein kasino was machen die ganzen leute da das ist nicht ich habe nicht das casino nimmt nur die hübschesten mitarbeiterinnen die rieche seiner ostessen auf sie sind weltbekannt aus diesem grund bestehen wir darauf dass alle unsere pro mitarbeiterin es ausprobieren wäre doch schade wenn nicht und sehen sie nur an sieht sie nicht hinreißend aus ich hätte nicht gedacht dass jemand so hübsch sein kann wenn ich hier bin verliere ich nur deshalb habe ich mir geschworen dass ich nach heute nie wiederkomme als auch dafür mit diesem fortsatz ab sofort komme ich jeden tag nur zur stadt sie ruhig an wenn ich fünf jahre jünger wäre würde keiner auch nur im blick wann sie verschwenden allmächtiger gott ich bin der großen güte nicht würdig ich werde das zum zeichen nehmen dass es hier viele seelen zu retten gilt ich werde so lange wie will ich an diesen ort verweilen hey sie ist ja du musst lehrerin sein denn ich lerne gerade eine menge neue dinge vielleicht lehre ich später eine privatstunde erhangen ich mache dir gleich die hölle heiß das sollte sie wahrscheinlich aber ich muss zugeben dass er recht hat sie sind weg hübsch aus professor stopp jetzt hört alle damit auf professor in ja das ist ein es heißt sogar vergisst es kollett bei ihnen hält den titel erwählte schönheit nach einem moment hat 150.000 gettung sei egal kostüm also ein titel der schönsten der schönen nicht wahr ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf okay natürlich kein bonus was hatte sie denn jetzt für den dingen kp stärke intelligenz flucht werden das war ja nicht so natürlich ist nett aber trotzdem so noch mal fragezeichen aber fragezeichen ist zeit nicht verfügbar warum nicht sondern nehmt hier fünf vergiss mal nicht oh man dieses vergiss mal nicht ist nichts weiter als eine blöde blume leid lasst mich mal einen blick auf diese blume werfen kaum zu glauben ein lebens exemplar des legendären vergiss mal nichts ich kenne es sonst nur von bildern legendär warum schmeckt es so gut weil das kann nicht dein ernst sein diese pflanze ist von einem enorm wissenschaftlich mehr sie ist ausgesprochen selten in berichten ist von speziellen eigenschaften ihre die nur in einer geheimen versteckten katzdorf bekannt sind also müssen wir da als nächstes hin offenbar können ihre kinder mit hilfe dieser pflanze erinnerung aus den tiefsten tiefen des unterbewusstseins zu tage fördern das heißt man kann sich an dinge erinnern die man vor jahren vergessen hat also das klingt aber mal wirklich interessant ja für die nächsten fünf minuten du hast die aufmerksamkeitspanne eines kleinkinds glaubt ihr sie meint das katzdorf ich glaube kaum aber es wäre schon möglich vielleicht lohnt sich die sache nachzugehen ja mal wieder was zu erledigen ja ich habe noch eine menge andere sachen teufelsspielzeug dieses kinder haben wir jetzt ganz schön hässlich hm hoch was ist denn das ist eine waffe der finsternis du hast recht desaster ach teufelsspielzeug ich habe eher egal ich habe irgendwie drauf kommen können leut mhm was machst du denn hier abysseon ich habe ein paar informationen über die waffen der finsternis weißt du wo wir die nächste finden können ja super nein ich habe gehört dass die waffen der finsternis sich manchmal eine bestimmte person aussuchen sie in den magischen schwertkämpfer verwandeln und ein leben lang versklafen ich habe mich in presse erinnert und habe mir sorgen gemacht heißt das etwa die waffen der finsternis haben mich ausgesucht nein ich lasse nicht zu dass so etwas passiert genau keine sorge presse er es ist nur eine legende solange du keinen flüstern von den waffen hörst bist du glaube ich vor ihnen in sicherheit presse er hörst du etwas nein gut alle anderen ihr solltet auch vorsichtig verhalten lassen vorsichtig verhalten lassen bams das flüstern der waffen ok ich gucke welche ich schon habe ich glaube ich immer noch der stab ne so dann hast du mich noch eine verdammt noch regender geister habe ich glaube ich schon ich gucke mal kurz oh ja da brauche ich nicht aber diesen s ring habe ich glaube ich noch nicht hier den s ring der mich zum s dingen macht ein ring mit dem der träger tendenziell zum s typ wird hier ist desaster auf der flucht lassen und tief böse ist nur mit vorsicht zu verwenden dann haben wir jetzt eine ja mal glaube ich auch ne da haben wir die achsen nicht ich glaube nicht ne vielleicht diabolo zwei haben wir gerade bekommen hm zwei hier von hamburg glaube ich ne drei vier vielleicht ne weiß ich nicht hier haben wir vier und wo ich dann immer gern wissen wie viel es noch mal gibt wir haben wir dann ich habe fünf haben wir nicht lange bei uns aber dieses augen oder das hat das hier an der bild machen wir auch ja ich glaube noch fehlen noch ein paar na gut dann raus hier würde ich sagen wir gehen zum katzdorf weil es da zeug zu erledigen gibt nehme ich an äh nein na gut von den preisen hat es das ehrlich gesagt gelohnt vergiss mal nicht ein ähm eine teufelswaffe und ein kostil war nicht mal schlecht finde ich äh jetzt muss ich glaube hier pennen gehen sonst komme ich hier gar nicht raus verdammt er mich so aufgeregt hat hier kein äh speichelpunkt in der nähe ist casinos war und ich hatte am anfang nur irgendwie so immer sub 1000 da hab ich mich auf 10.000 jetons hoch gekämpft und dann ja selbst dann äh hat das verdammt lange gedauert weil ich immer wieder hin und her musste ich habe in diesen hunderter dingern hier versucht und ja irgendwann habe ich dann zum ersten mal im jackpot geknackt irgendwie hat 200.000 gehabt und dann heute keine ahnung ich kann man auch da irgendwie gesessen und versucht was zu bekommen hat sogar noch einmal den jackpot geknackt irgendwie so 500.000 bekommen hätte ich sehr gut fanden das war in silber und entscheidend ich habe jetzt meine karte mit wie mache ich das nochmal mit start ich mal hier dauernd auch vergrößerend eingestellt weil so habe ich einen viel besseren überblick ja ja volle ironie irgendwie weil weil ich bin gerade die ganzen ereignisse von den von meinen zwei projekten meinen zwei tales of projekten überschlagen sich die ganze zeit also ich bin gerade im casino von tales of xylia 2 angekommen dann bin ich hier auch noch im casino ich habe maxwell hier vor kurzem besiegt und ein paar parts davor habe ich in xylia 2 auch maxwell besiegt also das überschlägt sich also ein bisschen das finde ich ein bisschen gruselig langsam äh katzdorf ja so hoffentlich bringt es das äh nein ich sollte obwohl ähm warum habe ich denn so wenig wasser als lebens ich habe auch immer welche bekommen in mythos schloss also ist vielleicht auch gar nicht mal schlecht als ich hier in seelround bin dann kann ich in luena diese ganzen witzwaffen kaufen ich habe aber genug geld so ich habe aber reno so du bist auch irgendwie so warte mal vergisst man nicht 1 der da der die gericht die die er und her Also habe ich so einen eindeutigen Anhaltspunkt bekommen und dann ist er natürlich wieder nicht richtig. Was soll das? Ja, du. Hey, sehr gut. Ja, ist das etwa, vergiss mal nicht, was du da hast? Bist du hier, um eine Reise in deine Erinnerung zu machen? Ja. Ach, kann ich mir die Dings hier angucken, oder was? Mattel ist wütend. Ich kann mir hier die ganzen Katz-Szenen nochmal angucken. Hohoho, sehr schön. Ja, okay. Dann und wann eine kleine Reise in die Erinnerung zum Unternehmen. Macht Spaß, Miau. Okay. Sehr schön, okay. Oh, das ist... Weiß ich nicht. War nett. Alles klar, dann weiß ich nicht. Gehen wir jetzt nochmal kurz nach Lurin. Was hier ist. Kaufen wir uns da die restlichen Bits-Waffen. Wer weiß, ob einige noch vielleicht besser sind für uns. Für einige Charaktere. Ich glaube ja nicht. Ich glaube, ich habe die besten schon gekauft. Aber mal gucken. Dann würde ich auch sagen, wir gehen in der nächsten Folge mal endlich hier in die Unterwelt zurück. Und versuchen, herausfinden, wie das da geht und was ich da machen muss und überhaupt. Hier bin ich falsch. Hier muss ich langen, ja. Ja, gehen wir mal die restlichen Waffen. Ich habe jetzt gerade zu viel Geld. Ah, Anpassungsschmiede. Kann ich auch mal machen. So. Auch wenn die nicht besser sind, ich kaufe sie trotzdem. Windfinger zum Beispiel, der ist stärker. Habe ich nicht schon einen gekauft? Hm. Baseball-Schlinger. Den habe ich. Den habe ich. Den habe ich nicht. Kann ich aber geben. Daher kann Dolch und Schwerter ausrüsten. Okay, dann heißt ich brauche vielleicht einen neuen Dinger. Kaufen wir das hier. Weil er nicht stärker ist. Ach ja, stimmt. Habe ich auch noch nicht erwähnt. Ich habe diese verdammte böse Mann Quest geschafft. Und irgendwie ausgerüstet. Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann, habe ich gemeistert. Und da wollte ich eigentlich... Ich habe mir das gesamte Gespräch notiert. Also wartet. Weil ich dann doch ein bisschen nervig fand hier. mit dem Offscreen machen. Allerdings hat er nur einen Versuch gebraucht, nachdem ich mal wieder Offscreen versucht habe. Was ein bisschen komisch war. Jedenfalls. Ich habe gewonnen. Das Katz kam auf mich zu. Sagte, das hat Spaß gemacht. Hat es dir auch gefallen? Du hast gewonnen. Und es hat dir Spaß gemacht. Stimmt? Da habe ich gesagt, nee. Dann Genis hält den Titel Stratege. Ja, den Titel streich ist Heger. Ich bekam ihn mit Genis. Kann ich mal kurz zeigen. Hier. Ein so kleines Kind sollte noch nicht so gut im Handeln und Taktieren sein. So, dann habe ich Vereinte Welt noch erhalten. Was eine Waffe für Genis ist. Und zwar hier. Ja, hat man schon gesehen. Die ist deutlich stärker als alles, was ich bis jetzt habe. Also ja, schon heftig. Wenn ich die jetzt nicht gerade gekauft hätte, dann wäre alles mit einem Abstand sehr viel stärker gewesen. Warum sind die Witzwaffen so stark? So, lass uns irgendwann mal wieder spielen, hat es dann noch gesagt. Und dann war es dann. So, haben wir auch hinter uns. Dann gucken wir mal die ganzen restlichen Witzwaffen. Ob die es bringen. Der Windfänger zum Beispiel hat eine höhere Angriffskraft. Akku, Akku, mein Gott. Keine Ahnung. Tressigheit. Weiß nicht, woher die ableiten. So, Glorie, das habe ich schon ausgerüstet. Kristall durch, Spielzeug durch. Fürchtwert, Glück, minus 4 Watt. Okay, warte mal. Okay, dann, ähm, was haben wir hier geholt? Tambourin, genau. Das gibt Glück plus, boah, meine Güte. Ich schnapp dir das Tambourin und die Partikam beginnen. Ja, okay. Du auch. Und, warte mal hier. Papierfächer. Verursache ein Lautsgeräusch, wenn jemand von ihm getroffen wird. Ja, ein Geldbeutel hatte ich. Ein Quietschhammer hatte ich auch. Der ist auch stärker. Ja, okay, dann sind wir hier auch gerüstet. Mehr oder weniger. Viele Waffen können eigentlich gar nicht mehr übrig sein. Ich gucke ja immer, ähm, hier so nach. Warten wir ja noch viel. Wir haben 84% aller Waffen. 94% von allen Objekten. 92% von allen, äh, Rüstungen. 91% von allen Kopfbedeckungen. Dingens, Schilde und Accessoires. Äh, Accessoires, Dingens. Wir haben alles Essbare und wir haben 90% aller wertvollen Sachen. Also ja. Für uns schon. Dann würde ich sagen, wir gehen in der nächsten Folge mal hier nach Zizubark und versuchen uns da mal in der Unterwelt. Ja. Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass wir alle sterben. So wie Jade Curtis, was Tails-Softabist gerne gesagt hat. Und ja, äh, ich mach jetzt hier einfach einen Schnitt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play TSFona. Die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle jetzt für die Zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.